Hi Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Update Video hier auf meinem YouTube Kanal. Es ist unglaublich, ich habe hier unglaubliche News. Wir sehen hier Luna Classic, traded bei 0,00027 US-Dollar-Cent. Sehen wir hier möglicherweise einen Breakout. Was hat diese Ananas damit zu tun? Was meinst du Ananas? Gehen wir auf 1 Dollar bei Luna Classic? Die Ananas antwortet nicht, dafür antwortete ich euch hier. Lasst dem Video auf jeden Fall ein Like da, abonniert den Kanal, um nichts mehr zu verpassen. Und wenn ihr mehr Luna Classic Updates wollt, Leute, das ist eine einmalige Möglichkeit hier. Diese Ananas hat mir gesagt, wir gehen möglicherweise auf einen US-Dollar hoch. Es ist einfach unglaublich, Leute. Deswegen abonniert den Kanal, meine Antwort folgt jetzt. Und zwar, nein, wir werden natürlich nicht solche Kurse sehen. Ich hasse diesen Coin. Und das war es von mir. Wir sehen uns zum nächsten Video. Wenn ihr Bock auf die Ananas habt, lasst ein Like da, abonniert den Kanal. Und bis dahin, ciao, ciao, Luna ist scheiße.